Hallo Jonas, wie geht's dir? Heute fange ich mal an. Nicht, dass du immer ein Hallo sagen musst, das ist ja auch im Sinn der Sache. Du wirst langsam firma, wie das hier mit dem Podcast funktioniert und sobald Recording gedrückt wird, kann man loslegen. Mir geht's sehr gut. Ich hatte ein sehr erholsames Wochenende. Ich war mit meiner Tochter im Zoo und der Stuttgarter Zoo, wir kommen aus Karlsruhe, aber der Stuttgarter Zoo hat jetzt Koalas, die durften wir uns einmal angucken. Das ist witzig, dann bin ich wahrscheinlich halt hier vorbeigefahren, weil ich war auf dem Junggesellenabschied in Landau in der Pfalz. Nein, da hätte ich vorbeikommen können. Hättest du nicht gewollt. Das ist nicht wahr, ich durfte wahrscheinlich schon. Oh Mann. Ja, Freitagmittag hingefahren und Sonntagmorgen aus Karlsruhe zurück, weil das war der bessere Zug. Oh Mann ey. Aber dann fange ich jetzt an mit meiner privaten Frage. Ja, mach das. Jetzt grinst du ja schon wieder so ey. Ich habe mich gefragt, wie du deine Frau kennengelernt hast. Wow. Ich habe meine Frau kennengelernt, indem ich einfach mit einer Frau 20 Jahre zusammen war und die dann irgendwann geheiratet habe. Nein. Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das ist eine Geschichte, die im letzten Jahrhundert passiert ist. Guck mal, so alt bin ich. Das wollte ich dich gerade fragen. Egal. Wir haben uns tatsächlich in der Schule kennengelernt und zwar 1999. Ist tatsächlich jetzt das Jahrhundert gewesen. Jetzt können die Leute überlegen, wie alt ich bin. Wir waren da nicht zwölf. Gott sei Dank. Es war schon halbwegs alles, naja, 15, 16. Und wir haben uns tatsächlich in der Schule kennengelernt. Sie neunte Klasse, ich zehnte Klasse über diverse Freunde und so die ganz normale Kleinstadt-Klicken-Sache. Und haben uns dann besser kennengelernt auf einer Abi-Party. Das Problem ist an dieser Abi-Party, an diesem Kennenlernen, es kann keiner genau sagen, wer angefangen hat. Also irgendwie ist das passiert, aber wir können uns nicht mehr daran erinnern. Das ist vielleicht, ja, so war das damals. Aber es hat lange gehalten. Es hat lange gehalten, ja. Ist auch witzig, weil der Tag, an dem es passiert ist, war der 4. Juli 1999. Was viele Leute wissen werden, ist Independence Day, ist unser Jahrestag. Und da ich mir nicht gerne viele Zahlen merke und ich mit Zahlen auch nicht so gut kann, haben wir einfach am gleichen Tag geheiratet, 20 Jahre später. Das ist ganz praktisch, man muss sich nichts Neues merken. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr nice. Ja, genau. In einer Reithalle in Tespe, falls das Leute kennen. Das war eine schöne Party und naja, dann ist es irgendwie so weitergegangen. Und es ist witzig, weil natürlich haben damals Freunde von uns Wetten abgeschlossen, wie lange wir zusammen sind. Ich glaube, die damalige beste Freundin von meiner Frau hat gewonnen, ja drei Monate gesagt. Bisschen länger geworden. Drei Monate, das ist auch mies. Das ist ja irgendwie so positiv, dem Thema. Ja, aber komm, mit 15, 16 finde ich drei Monate, fand ich damals schon sehr fair. Aber hat irgendwie geklappt. Ich glaube, du musst immer einen guten Freund finden, mit dem du dann länger zusammen bist. Oder eben deinen besten Freund irgendwann. Das läuft. Das stimmt, ja. Bist du schon so lange eigentlich im Thema Data drin? Das ist echt eine schwierige Frage. Also ein bisschen glaube ich schon, weil ich in der Schule einfach, sagen wir mal, wie es ist, eine wahnsinnig faule Sau war und die Sachen gemacht habe, die mir irgendwie gelegen haben. Also ich habe tatsächlich ein sehr, sehr gutes Abitur mit 3,0, alle drei schriftlichen Prüfungen total verkackt und dann mündlich das irgendwie da so ein bisschen rausgerissen. Es war aber damals irgendwie schon so, dass die Sachen, mit denen ich gut konnte, waren so ein bisschen Wirtschaft und Politik, Biologie und Informatik. Und habe dann nach der Schule einfach mal angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Da habe ich aber sehr schnell gemerkt, na nee, das ist irgendwie nicht meins. Da sind mir zu viele platte Sachen bei gewesen. Habe dann Bioinformatik studiert. Also irgendwie mache ich immer schon was mit Daten. Ich glaube, du würdest Bioinformatik heute auch sowas wie Data Science nennen. Weil wir ziemlich viel Mustererkennung, Machine Learning, String Matching und sowas gemacht haben. Also wenn man das so rechnet, dann spätestens ab dem Punkt, wo ich angefangen habe zu studieren vor 20 Jahren. Und so ein bisschen in der Schule habe ich auch schon so. Also die ganze Informatik, das hat mich immer interessiert. Und auch, ich habe immer schon irgendwie meine Musik ordentlich sortiert und darauf irgendwelche kleinen SQL-Datenbanken gehabt und so ein Quatsch. Das war immer schon irgendwie da. Was mich ja, und das haben wir ja besprochen, was bei uns sozusagen sich ja durchzieht, ist so die Weiterentwicklung im Thema Data. Das ist ja das Spannende. Ich glaube, wir sind beide Menschen, die irgendwie nicht für immer das Gleiche machen können. Aber jetzt machen wir schon so lange Data. Oder du hast gerade erzählt, wie lange du Data machst. Aber du würdest ja sagen, dass du eigentlich mehr oder weniger nicht mal ein halbes Jahr das Gleiche gemacht hast. Nee. Ich glaube, das Ding ist dabei auch, du lernst bei Data immer so viele neue Sachen. Also jetzt ganz stumpf, ich habe angefangen, mit irgendwelchen schrecklichen Sachen in C und Perl zu implementieren, was wirklich viel so Stringgeschubse war. Dann habe ich irgendwie meinen Doktor gemacht. Und da habe ich mit so einem Softwareprojekt gearbeitet, wo ich plötzlich Proteine beschossen habe mit Synchrotron-Strahlen und daraus hübsche Strukturen gebaut habe. Das können wir mal genauer, aber das ist eine längere Geschichte. Und ganz ehrlich, so bei den ganzen verschiedenen Firmen, bei dem Videogaming war alles immer anders. Bei Freenow war auch alles immer anders. Da hat sich mal sehr schnell alles geändert. Und alleine so die Sache, irgendwann diesen Switch von On-Premise-Sachen auf Cloud zu machen, war für mich total krass. Weil ich plötzlich gemerkt habe, ey, das Großteil kannst du alleine mal eben bauen. Du brauchst keine 20 Leute. Also ich würde sagen, ja, Data schon lange. Aber Data wandelt sich so schnell. Bestes Beispiel, ich habe vor einem Jahr auf einem Event ein Roundtable gehalten zu AI-Ethics und dieses Jahr ein Roundtable zu ChatGPT mit den gleichen Leuten. Und meinte nur zum Anfang, es ist nicht so gut gealtert, was wir letztes Mal besprochen haben, oder? Und das ist immer das Ding, es ändert sich einfach so schnell, so wahnsinnig viel. Und ja, irgendwie läuft das durch. Aber es ist, glaube ich, auch echt ein Feld, wo die Veränderung wirklich ballert, durchgehend. Was ein bisschen anstrengend ist. Aber ich habe auch versucht, jetzt am Wochenende nochmal für mich selbst zu reflektieren. Und es macht mir ultra Spaß, in jeder Hinsicht, bei jedem Thema immer eine Veränderung mitzumachen. Es muss nicht zwangsweise besser sein. Das hört sich sonst so krankhaft an. Aber es ist eher sozusagen so eine gewisse Entwicklung mitzumachen und festzustellen, dass sich das Thema ändert. Und dass du an was Neuem, an was Anderem, an was Weiterem, an einer Veränderung mitarbeitest. Ich habe mal irgendwann in meinem CV ganz arrogant geschrieben, ich kann alles, wo ein gutes Tutorial drin ist. Oder wofür das da ist. Und ich glaube, das zieht sich auch so ein bisschen durch. Weil ich bin auch inzwischen der festen Meinung, unseren Job kann eigentlich jeder machen. Also nicht, jetzt heißt es nicht, dass wir nichts können, aber du musst nicht irgendwie krass studiert haben. Du musst keinen krassen Doktor haben oder irgend so einen Quatsch. Weil es ist alles verfügbar. Es sind alle Sachen so aufgebaut, dass man das vom Scratch lernen kann. Wenn du so ein bisschen Zahlenverständnis hast und Bock auf sowas, dann geht das immer. Und das ist jetzt auch so, in der Selbstständigkeit schmeiß ich mich einfach auf alle Sachen. Weil ganz ehrlich, es kann nicht so komplex sein, was wir in Data machen, dass man das nicht lernen kann. Gut, Deep Learning vielleicht oder selber ein LLM schreiben. Aber so weit muss es auch nicht jeder bringen. Letztes Mal haben wir, glaube ich, sehr intensiv über das Thema Hiring gesprochen, Leute einstellen. Und wenn man das jetzt sozusagen mal ein bisschen rauszoomt und sich eine Organisation anguckt. Das Thema Organisation ist ja auch spannend. Und da hast du ja in einem Vortrag, den ich mal gelauscht habe, erzählt, wie viele Orga-Charts du bei Freenow oder MeinTaxi gebaut hast. Und ich glaube, dass ehrlich gesagt, das sind wieder das Thema, da können wir mal gucken, wie du das aus Startup-Szene siehst und ich sozusagen aus Konzern- oder größeren Brownfield-Sicht dieses Thema. Ich sage, mein Lieblingsmodell ist ja eigentlich immer Hub-and-Spoke. Ja. Aber dieses Hub-and-Spoke-Modell, sage ich immer, muss atmen. Das heißt, ob du mehr zentral oder mehr dezentral bist, entwickelt sich halt über die Zeit und vielleicht sogar pro Sparte oder pro Team und so weiter. Und damit entwickelt sich ja auch eigentlich die Organisation ständig. Und du hast nicht diese eine Organisation, die irgendein Berater mal auf dem Reißbrett malen kann und implementieren kann, sondern musst die ja auch immer wieder anpassen. Ja, musst du auf jeden Fall. Aber ich glaube, erzähl mal ganz kurz und ein paar Sätzen, was du unter Hub-and-Spoke verstehst, weil wir benutzen das sehr oft, aber ich weiß nicht, ob überhaupt jeder wirklich versteht, was das ist. Sehr, sehr gerne. Also für mich gibt es drei Modelle. Es gibt einmal das zentrale Modell, das heißt, alle Data-Leute sitzen zentral und bleiben auch zentral und kriegen eine Betreuung. Da gibt es Vor- und gibt es Nachteile. Dann gibt es das dezentrale Modell. Alle sitzen in den dezentralen Einheiten und keiner stimmt sich so wirklich ab oder die sitzen in den gemeinsamen Gremien und diskutieren über Themen. Das kann funktionieren, muss nicht funktionieren, hat auch Vor- und Nachteile. Und wenn man beide Modelle zusammenbaut, also ein kleines zentrales Team ist auch immer unterschiedlich. Manche nennen es Data Office, manche nennen es irgendwie Center of Excellence, wie auch immer. und jeweils dezentral Personen sitzen. Muss nicht in jedem Team Data-Leute sein, aber in manchen. Das ist für mich ein Hub-and-Spoke-Modell. Ich glaube, du kannst aber noch das schöne Buzzword Data Mesh bringen. Also ich habe tatsächlich angefangen, es Data Mesh zu nennen. Ich glaube, das erste Mal habe ich Hub-and-Spoke sogar von dir gehört. Und ja, finde ich genauso. Ja, weil Data Mesh für mich jetzt ein hartes Buzzword, weil das eigentlich nur nochmal heißt, dass die Architektur auch teilweise zentral oder dezentral ist. Meiner Ansicht nach ist Data Mesh nur dadurch entstanden, dass bei großen Organisationen jetzt verstanden wird, das Thema einzuführen. Und bei großen Organisationen hast du halt ein Spoke, also eine Fachabteilung, sogar manchmal mit großer Architektursitzen, bei Deutsche Bahn oder bei Merck oder sonst was. Also bei großen Konzernen ist dieses Hub-and-Spoke-Modell ja nochmal ganz, ganz, ganz anders gewichtet. Und dadurch hast du so ein Hub-Data Mesh-Konzept. Ein Data Mesh-Konzept hast du meiner Ansicht nach nicht in den Startup oder im Mittelstand oder auch nicht in kleinen Konzernen, sondern das müssen schon große Wäscher sein, würde ich sagen. Na, also erstmal würde ich sagen, ich legge mich jetzt mal kurz aus dem Fenster, du kannst ohne Hub-and-Spoke kein Data Mesh machen. Das wird voll gegen die Wand schauen, also bei dir zentral nicht. Ich würde trotzdem sagen, dass sowas wie ein Hub-and-Spoke auch gut funktionieren kann, wenn du kleiner bist. Also es kommt noch was, was du anstatt. Ja, aber kein Data Mesh. Ja, aber auch nicht komplett. Ich bin immer so ein bisschen so pick and choose und ich würde sagen, was jeder inzwischen machen muss, ist den Data Mesh-Approach benutzen, dass alles ein Data-Product ist. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt ein Produkt-Team hast oder ein Tech-Team, die dürfen nicht einfach die Verantwortlichkeit ins zentrale Data-Team legen. Das heißt, so ein bisschen diese Mesh-Approaches müssen überall da sein. Alles ist, glaube ich, sowieso, das ist auch zu buzzwordy und wer weiß, ob das überhaupt das Richtige für jede Firma ist. Ich glaube es nicht. Genau, und also mit Arten meine ich jetzt nicht, dass man, dass du so feste Prozesse machen kannst. Es kann sein, dass eine Fachabteilung in der Logistik zum Beispiel ein Datenprodukt baut, was nur dezentral liegt und wo keiner drauf Zugriff hat, weil es keiner braucht. Und es gibt im Marketing irgendwie ein Attributionsmodell, vielleicht im E-Com, was nicht nur die E-Com-Abteilung sich anschauen will, sondern mehr Abteilungen, weil sie es verstehen will oder adaptieren will für andere Abteilungen. oder vielleicht du mehrere E-Coms hast, E-Com-Abteilungen hast oder unterschiedliche Töchtergesellschaften, die auch E-Com machen. Und da musst du es zentral machen. Da musst du es jedenfalls sozusagen zentral zugänglich machen. Ja, aber das müssen alle drauf können. Ich glaube, das erste Beispiel ist Logistik. Ja, was ich immer so ein bisschen habe, ist so dieses People oder HR-Analytics. Das muss extra sein. Das ist auch total fein. Das ist so ein Dataprodukt, was wahrscheinlich nur auf, oh, wir haben hier ein Data-Warehouse, dann mache ich immer das neue Schema, wo keiner rankommt und wir haben ein schönes Dashboard. Ja, das stimmt. Ich glaube, du startest entweder zentral oder dezentral. Ist ja egal, du hast immer in irgendeiner Art und Weise einen Startpunkt. Den musst du evaluieren. Das machen wir bei uns immer, dass du sozusagen das Diamant anschaust. Und dann entscheidest du, was sind die nächsten Projekte, die du angehst. Und auf der Basis kannst du dann entscheiden, musst du das Organisationsmodell ändern oder musst du es nicht ändern, weil du weißt, glaube ich, schmerzlich genauso wie ich, so eine Organisation verändern, ist nicht von heute auf morgen. Also kommt auf die Richtung an. Also manche Richtungen gehen ein bisschen schneller. Wenn das zum Beispiel mal nach unten geht, dann kriegt man das schnell von einem Tag auf den anderen. Ja, aber ich bin auch der Meinung, die meisten Firmen müssen eigentlich dezentral anfangen. Auch, wir haben ja jetzt mal schon gesagt, dass es eigentlich gut wäre, so einen Strategen reinzuholen. Aber eigentlich hast du das selten. Also du stellst selten zuerst den Head oder VP oder Director Data ein, sondern irgendwo fängt jemand im Produkt an zu sagen, oh, vielleicht müssen wir ein bisschen Data Science machen und baut mal so ein kleines Modell. Oder irgendein Marketing fängt an, ein bisschen besseres Dashboard zu bauen als, ich sage jetzt nichts Böses, nein. Viele Marketinganalysten und Marketingmanager können sehr gute Dashboards bauen, aber daraus entwickelt sich das eben. Und ja, ich meine, ja. Aber es ist wieder ein Anzeichen dafür, dass du das Data-Thema immer vom Use Case denken musst. Also du musst immer gucken, wo generierst du Mehrwert. Und deswegen stellst du in dem Bereich die Leute eher in der Fachabteilung ein. Aber wenn du das Thema dann aligned angehen willst, sei es nur eine Stabstelle, hatten wir ja letztes Mal ausführlich diskutiert, ist es schon wichtig, diese Position zu haben, die ist einmal bewertet. Ja, aber es wird auf jeden Fall schon was da sein. Also es wäre echt weird, wenn du, also ich stelle es mir sehr komisch vor, wenn ich irgendwann als VP irgendwo eingestellt habe oder als CDO, dann ist es so, ja, wir haben ja gar nichts. Keine Excel-Shift, nee, gar nichts. Fangen wir an, fangen wir an. Ich glaube, da würde ich wahrscheinlich nicht anfangen zu arbeiten. Was sagst du, wie lustig das wäre, du kommst in so eine Firma und es heißt, es gibt keine IT-Abteilung. Ist ja genauso strange eigentlich, oder? Ja. Wo haben wir auch Computer her? Kauf mal bei Mediamarkt. Ja. Geht. Kann man machen, aber ist dann... Muss man aber nicht. Ja. Bei einer größeren Firma stelle ich mir das echt schwierig vor. Ist aber auch spannend, weil so die klassische IT, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber die würdest du ja eigentlich nie dezentral setzen. Weiß ich auch nicht. Ich glaube da... Das kommt auch an, in welcher Bubble du bist. Also zum Beispiel im Inkubator, wo ich war irgendwann, war ich auch gleichzeitig die IT. Aber das war zentral, oder? Ja, wenn... Ja, gut, okay, war in der Holding, du hast ein bisschen recht. Ja, war zentral. Aber ich weiß keine... Bisschen recht. Ja, stimmt schon. Ja, ist ja recht. Aber die Programmierer, die waren höchstwahrscheinlich dezentral. Das macht wieder Sinn. Aber so Infrastrukturthemen, zum Thema Hub-ins-Burg-Modell, Architektur, Infrastrukturthemen kannst du eigentlich gut zentral spielen, weil wenn du ehrlich bist, brauchst du nicht zehn Leute, um eine Infrastruktur zu betreiben, sondern du kannst zwei oder drei Leute haben, die die Infrastruktur betreiben kann, wenn du wieder jemanden hast in der Fachabteilung, die dafür sorgen, dass sie daran arbeiten. Weil dann bist du sofort wieder beim nächsten Punkt. Weiß nicht, wie es dir geht, so Vor- und Nachteile von zentral oder dezentral. Die meisten, bei den meisten Fachabteilungen geht es ja zu langsam, was ich auch verstehe. Und da müssen die zwangsweise sich eigene dezidierte Ressourcen einkaufen. Und dann hast du in der dezentral sofort ein Konstrukt. Aber da hast du wieder das Problem, wer entwickelt die weiter? Also ich finde Hub-ins-Burg-Modell total super, aber habe mich da auch bei Freenow lange vorgeziert, das zu machen, weil ich immer so das Gefühl hatte, wenn ich jetzt Data Scientists unter Produktmanager oder unter Techmanager setze, dann ist das echt ein Problem. Und wäre es auch gewesen. Also ich habe den Schritt echt erst gemacht, als, war auch nicht perfekt, also kann man jetzt gar nicht sagen, dass das der richtige Zeitpunkt war, aber als ich so ein paar Leute hatte, wo ich dachte, wenn ich die jetzt als Führungskraft oder als Head von dem Team unter irgendwie den CPO oder sowas setze, dann läuft das. Und da hatten ja auch alle ziemlich viel Angst vor. Es ist dann auch gelaufen, weil das Ding ist, du hast eben so jemanden da oben sitzen, der auch die, dann eigentlich genau, die Stabsstelle für Data in dem Bereich sein muss. Und ich glaube, dann funktioniert es am besten, aber das funktioniert eben nicht immer. Aber dann hast du eine Matrix-Organisation und das ist natürlich auch ein spannendes Thema, was wir nochmal besprechen könnten in der nächsten Folge. Heute wollen wir ja ein bisschen Orga besprechen, aber, also das habe ich jetzt so entschieden. Cool. Ist auch lebe ich frei mit. Und dann, wie man sozusagen schafft, die Leute weiterzubilden, weil du musst Matrix bauen und dann hast du natürlich einen Austausch, der stattfinden kann mit Zentral und Dezentral und dann hast du ja die Situation, je nachdem, wie hoch der Reife gerade in der Organisation ist und je Abteilung, dass sie sich vielleicht mal austauschen können oder eben nicht. Aber das ist interessant, dass du von der Matrix-Organisation anfängst, weil ich finde es so ein bisschen, das Hub-in-Spoke-Modell auch, funktioniert ohne den kleinen Matrix nicht. Also ich habe es zum Beispiel damals so gebaut, dass ich indirekt die Führungskraft von allen Leuten war und quasi... Data-Leuten? Ja genau, allen Data-Leuten. Fass ich. Ja genau, ob das der Head of Marketing-Data war, der Head of Product-Data, Head of Ops-Data. Es gab, wir haben eine Data-Leadership-Group gebaut. Wie war das noch anders in den Land? Wie war das? Eine Data-Leadership-Gilde. Genau, da haben wir mit den Gilden angefangen und da war es dann so, dass ich irgendwie mit denen was zu tun hatte und ich auch der Sparrings-Partner für den CPO, für den CMO, die CMO und so weiter war, die dann mit mir darüber reden können, wie sie die Leute weiterentwickeln können. Weil sonst, weiß ich nicht, ich... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut funktionieren kann, wenn du unter einem, ist jetzt böse, einem CMO, ein Head of Data sitzt, der irgendwie vier Jahre Führungserfahrung hat mit einem Team mit 20 Leuten. Das wird, glaube ich, gegen die Wand fahren, wenn da nicht irgendjemand sonst noch ist, was uns dann wieder zu der Chief Data Officer-Geschichte bringt, aber lass uns erstmal weiter über Organisation reden. Ist aber genau das spannende Thema, weil du die Probleme, die Schmerzen, die Herausforderungen, die du lösen willst, wenn du ein Hub-and-Spoke-Modell machst, ist ja, dass du jemand disziplinarisch in den Zugriff gibst, dass diese Person entscheiden kann, an welchen Themen soll die Person arbeiten, in welcher Zeit. Und die soll natürlich maximal nah an dem Thema der Fachabteilung sein. Das schaffst du auch. Aber diese Leute weiterzubilden, schaffen die Leute selbst nicht, wie du sagst, jetzt vielleicht jemand aus der Logistik oder einem Marketingbereich. Und dann musst du natürlich entweder extern gucken, extern hat Vor- und Nachteile, oder du baust es halt eben durch die Matrix auf. Und als du es jetzt gerade gesagt hast, ohne Matrix funktioniert ein Hub-and-Spoke-Modell nicht, stimmt, musst du auch darauf achten, dass du so ein Konstrukt aufbauen kannst. Ja, ich glaube, das ist das größte Problem. Also, das geht erst ab einer bestimmten Größe, weil so ein Center of Excellence mit zwei Leuten macht, glaube ich, wenig Sinn. Das habe ich schon mal in einer Firma gesehen. Da war das eher so der absolut zahnlose Tiger, der ein bisschen die Infrastruktur gebaut hat und das Dashboarding-Tool, aber genau nichts zu sagen hatte. Und das ist, glaube ich, auch schwierig, weil du musst ein Hub-and-Spoke-Modell auch so bauen, dass Spoke irgendwie eine Datenstrategie baut und das nicht aus allen Bereichen kommt, weil, sorry to say, aber da wird einfach nie genug Skillset da sein. Das, ja. Das ist aber nicht deren Aufgabe. Nee, genau, deswegen. Und das ist immer das Problem. Also, das muss, glaube ich, das muss strategisch mal so ein bisschen weiter gedacht werden, aber, ja, das Thema hatten wir auch schon öfter. Und da müsste man es sozusagen eigentlich so ein bisschen bewerten. Eigentlich müsste man so eine Art Checkliste machen für Hub-and-Spoke und sagen, wenn du nicht schaffst, also, du darfst, du musst mindestens drei oder vier oder fünf Leute zentral sitzen haben, die folgende Aufgaben erledigen. Ist ja sowas wie Strategie, Governance, Architekturentscheidungen müssen zentral bleiben. Fortbildung, Skill-Level zu definieren, gehört ja auch ein bisschen zu Governance mit dazu, Prozesse definieren. Und in der gesamten Organisation musst du dir das Thema ja angucken, dass du auf jeden Fall eine Matrix hast, um die Leute weiterzubilden. Genau. Ich überlege langsam echt, also, der Vortrag, von dem du vorhin geredet hast, vielleicht sollte ich daraus mal einen längeren Medium-Artikel machen. Oder wir müssen wirklich ein Buch schreiben zu Datenorganisation und Kultur. Sehr gerne. Da könnte man, glaube ich, schon locker 40, 50 Seiten rausziehen. Warum haben wir die Sachen so gemacht? Wie war Tims Leidensgeschichte bei Freenow? War keine Leidensgeschichte, aber nur mal auch, um den Joke fertig zu machen, die du vorhin gerade gebracht hast. Meine Frau sagt immer, dass ich eigentlich in der Zeit nur Org-Charts geschrieben habe. Und ich glaube, wir haben das auf diesen Slides gehabt. Und ich hatte in fünf Jahren, wie viele verschiedene Organisationen da mir? Sieben oder sowas? Irgendwie sowas in der Richtung. Das war, ja. Ich wollte ja noch mal dieses deutsche Buch zum Thema Dharma schreiben. Vielleicht sollten wir beide echt ein Buch zum Thema Dharma? Das müssen ich so die Dharma-Initiative von Lost. Was ist das? Sag mal das. Dharma ist dieses große Wäscherbuch, sozusagen das Data-Lexikon, schicke ich dir nachher mal den Link, wo alles drin steht, wo das wirklich alles erklärt. Ich glaube, das brauchen wir nicht machen, aber wir können gerne gemeinsam ein Buch schreiben. Ja, das sollten wir, glaube ich. Wir sollten mal die Themen sammeln, aber da wäre, glaube ich, schon genug Futter drin. Das glaube ich auch, ja. Apropos Buch, wir beide schreiben ja ein Report. Ich hoffe, wenn diese Folge raus ist, sind wir mit dem Report schon fertig. Aber ja. Ja, natürlich. Wir sind ja so schnell, dass das alles dann erledigt ist. Nee, magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, klar. Wir sind ja, du genauso wie ich, also ich glaube, aus lokaler Gegend und du, weil du einfach ein wichtiger Data-Typ bist, ziemlich dicke mit OMR und quatschen mit denen ziemlich viel, also Online-Marketing-Rockstars. Liegt bei mir drin, dass ich einfach seit fünf Jahren auf den Festivals immer singe und auf der Bühne stehe. Und die haben uns irgendwann angehauen, ob wir nicht einen schönen OMR-Reviews-Report zu Business Intelligence machen wollen. Wo natürlich bei mir sich schon alles zusammenzieht, weil was ist eigentlich Business Intelligence? Das ist so ein bisschen alles und nichts. Und das machen wir gerade und schreiben gerade daran, so ein bisschen einmal zu erklären, was für Tools es gibt für Tracking, für was, wie man das nennen will, Daten-Ingestion, Data-Loading, Data-Pipelines, ein bisschen was für Storage und natürlich Visualisierung und All-in-Mund-Tools. Und da sind wir gerade dran und wenn ihr das lest, werdet ihr auch viele tolle neue Meinungen von uns hören, was wir eigentlich davon halten und was wir gut finden. Und wir versuchen ja auch, weil da wird ja so viel verkauft und nicht so viel gehalten, also hoffentlich fühlen sich jetzt nicht zu viele angesprochen, aber die Idee ist dann, dass wir ja auch nochmal die Tools jeweils einzeln bewerten beziehungsweise so eine Art Anforderungsliste pro Tool mitgeben und bewerten, ob das cool, das kann oder nicht. Und da freue ich mich tatsächlich auch... Wie so eine Vergleichstabelle. Ja, aber da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf, weil dadurch, dass wir aus leicht unterschiedlichen Backgrounds, was Data angeht, kommen, wird das, glaube ich, schon... Das wird lustige Diskussionen bringen, weil ich bin natürlich sehr auf diese ganzen... Also ich bin inzwischen bei Make-or-Buy auf der Buy-Mensch und allein war ich damit oft gegen die Wand gefahren, um Sachen selber zu machen. Und da sind echt gerade so viele geile kleine Tools, die irgendwie nach und nach rauskommen. Da würde ich die Hand für ins Feuer legen. Und ich habe einen großen Tool-Anbieter, den ich nicht mag, aber wir wollten ja keine Namen nennen. Nee, wir wollen keine Namen nennen. Wir müssen uns auch mit den Tool-Anbietern auch gut stellen, weil wir wollen ja für unsere Folgen, die wir hier haben, brauchen wir ja noch einen Sponsor, der uns mit begleitet. Das stimmt. Können sich gerne melden. Also genau, OMR-Reviews wird cool. Freuen uns da sehr. Vielleicht kriegen wir das auch mal hin, dass wenn der Podcast hier groß wird im Sinne von unsere Folgen oder sowas, dass wir mal auf der OMR sprechen dürfen, weil ich finde es so ein bisschen schade, wenn du so den roten Faden durch alle Themen ziehst, die auf der OMR sind, hängt es echt viel an Data und alle Sachen, die präsentiert werden, werden immer mit Zahlen belegt. Aber so mal richtig über, wie baut man Data ordentlich auf, auf was wacht man alle. Also müssen ja nicht wir beide sein, aber es sollte auf jemand, jemand mal auf die Bühne und da mal so ein bisschen die Lanze verbrechen. Das finde ich auch. Also wir waren ja beide schon Speaker bei der OMR. Also es passiert immer, aber ja, ich hätte auch gerne eine mehr Data-Fokussierte. Auf der großen Bühne waren wir noch nicht, das stimmt. Wobei die blaue Stage auch nicht schlecht war, da war ich mal Brace drauf, das war auch ganz nice. Aber ja, große Bühne mehr. Wie viele Leute sind das? Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, die blaue ist so die zweitgrößte gewesen, 5000 oder sowas. Da saßen dann noch zwei, weil war ein doofer Slot, aber war trotzdem ganz gut. Am zweiten Tag morgens, oder? Nee, dann wäre ich selber nicht am Start gewesen. Das war am ersten Tag Nachmittags. Das war am ersten Tag Nachmittags und ich musste tatsächlich danach von dieser Halle quer durch das ganze Hamburger Messegelände, was ja immer größer wird, zum Auftritt der Goldkehlchen. Das war ein bisschen anstrengend, aber es hat geklappt. Glaubst du denn, dass in der Organisation, zurück zum Thema sozusagen, dass es eine, wenn du dir die drei Modelle anguckst und die, also Zentral, Dezentral und Hub & Spoke, wenn du sagen würdest, wie erfolgreich ist eins der Modelle? Gibt es ein Modell, was überhaupt nicht erfolgreich ist? Ja, das Dezentrale, wo keiner weiß, wo er hingehört und irgendwie mit irgendwelchen neuen zusammenarbeitet. Also, ich glaube, das kann nie richtig funktionieren. Das kann in kleinen Silos gut funktionieren, aber wenn nicht irgendwie die Teams miteinander reden und irgendwie eine gewisse Connection haben, ist das zum Scheitern verurteilt. Es gefällt mir ja, Vanessa sagt immer, wir sollen ja sozusagen diskutieren. Diskutieren? Geil. Ich bin zentral der Meinung, weißt du warum? Weil dezentral schaffst du den Reifegrad in der Organisation, lieber mein Lieblingsbeispiel, so auf 70 Prozent, 80 Prozent zu ziehen, weil du von den Use Cases her denkst. Ja, stimmt. Zentral, wenn du Zentrals aufbaust, hast du das Problem, dass du politisch auf jeden Fall die Situation hast, dass keiner mitmacht und du ja nicht so viele Leute zentral haben kannst, dass du alle Use Cases umgesetzt bekommst. Das heißt, eigentlich stellst du dir selber das Bein und hast dann das Problem, dass es nicht funktioniert. Also ich glaube, wenn du alle drei dir anschaust, ist zentral die Situation, die intern am meisten Probleme verursacht und am meisten oder die größte verbrannte Erde hinterlässt. Aber ich glaube, das Ding ist auch, dass die Frage, wie du zentral machst. Also zentral kannst du sowieso nicht so machen, dass es ein Analytics, ein Data Science und ein Engineering Team gibt. Das ist eh schon mal Quatsch, weil, also ich hatte auch zentrale Teams. Da war da ein Team für Operations Analytics, ein Team für Produkt Analytics, ein Team für Marketing Analytics. die saßen einfach nur in deinem Data Analytics Director. Aber wenn ich jetzt so diese andere Seite sehe, sehe ich das auch falsch. Vielleicht hast du da noch bessere Ideen aus größeren Firmen. Aber was ich immer so bei Scale-Up und Start-Ups und so ein bisschen Grown-Ups gesehen habe, ist, dass es dann irgendwie so zwei Analysten im Marketing gibt. Es gibt so ein paar Data Engineers in Tech. Die Data Engineers in Tech sind happy. Und dann gibt es vielleicht so ein paar Produkt Data Scientist in die unterm CPO sitzen. Das ist dann schwierig. Also das Ding ist, das kann funktionieren. Du hast vom Reifegrad her auch recht. Nur es ist viel, viel einfacher, dass dann zwei verschiedene Teams in komplett gegensätzlich die Richtung arbeiten und du dadurch die Effizienz, die möglich ist, gar nicht rauskriegen kannst. Also mein Approach, wenn ich in eine Firma gehen würde, sozusagen den, der eigentlich fast immer funktioniert ist, rein, entweder für ein Projekt oder zeitweise alles zentral ziehen, was geht. Ja. das Teil auf ein gewisses Level hochprügeln und dann schauen, was du wieder dezentral gibst. Ja, ich glaube, sagen wir es beide jetzt schon zwei, dreimal gemacht. Stimmt. Ja, es ist auch so, aber es ist eben die Frage, in was für einem Zeitraum das passiert. Also bei Freenow hat meine Reise von dezentral auf zentral zu Hub & Spoke, ja, so drei Jahre waren wir zentral richtig und dann wurde es so ein bisschen aufgeclustert, dass wir irgendwie so Workstreams hatten. Aber ich glaube, so ein bisschen, ein bisschen Hub & Spoke war es immer schon, weil, ja, also jetzt kommt er auf die Größe an. Und ich glaube, das Ding ist auch, auch bei allen drei Modellen, es kommt krass darauf an, wie die Firma sonst aufgestellt ist, wie die Data-Kultur ist. Weil das Ding ist zum Beispiel, wenn du ein zentrales Team hast, was so seine Verantwortlichen für die bestimmten Bereiche hat und die Bereiche auch alle datengetrieben sind und da alle miteinander spielen wollen, dann funktioniert das ziemlich gut. Also ich habe letztens mit einem Kumpel von Good Games Studios zusammengesessen und wir sind da beide 2016 raus und haben gesagt, wir haben niemals wieder eine Firma gefunden, wo das Datenthema so krass angenommen wurde und auch so gut angenommen wurde, weil die da alle geil drauf waren und weil alle wirklich Daten brauchten, wussten, was sie noch machen können. Ich glaube, gar nicht brauchten, die wussten, was sie noch machen können. Die hatten die Use Cases und dann hat es so diese komische Mischung aus, die Use Cases sind von den Stakeholdern total da und das zentrale Team hat irgendwie gerade so von der Größe gepasst, dass sie daran abgearbeitet werden konnten. Das war, ja, habe ich nie wieder so gesehen. Das glaube ich wirklich, kommt aus der DNA der Firma, was gut geht. Ja, stimmt. Und wie, also in dem E-Com-Umfeld, das hatten wir ja bei Douglas auch gemacht, dass du sozusagen erstmal das galische Dorf aufbaust und in dem Dorf zentralisierst und dann rausgehst, weil du die Möglichkeit hast, abgekoppelt da von der gesamten Organisation nicht so langsam zu sein. Und vielleicht ist es bei euch, bei Good Game Studios auch so, da sind ja alle von der DNA schon so, dass sie Bock auf den Wandel haben, dass Produkte sind in der Entwicklung. Und ich glaube, sowas beachten viel zu wenig Leute, wenn sie sich Organisationen anschauen, was herrscht denn gerade vor? Manchmal kann es ja sein, du musst irgendwie was Hub & Spoke implementieren, aber du glaubst, das funktioniert nicht, weil die Kultur dafür noch nicht da ist. Dann solltest du eher, glaube ich, mit einem zentralen oder dezentralen Ansatz starten, bis du die Kultur aufgefunden bekommst und dann loslegst. Besonders auch, wie die in deinem Team schon ist, weil das größere, was ich überhaupt in Spoke immer gesehen habe, ist, dass die Leute sich dann vielleicht, wenn die vorher zentral waren, verloren fühlen und vielleicht auch die Leute selber den Reifegrad in der Firma nicht haben oder das Standing oder überhaupt nicht die Typen dafür sind, sich da irgendwie hinzustellen und zu sagen, was gemacht wird und dann werden die, glaube ich, teilweise recht oft verbrannt. Also es kommt auf beide Seiten sehr, sehr stark an, finde ich. Aber das, was du gesagt hast, passt auch total. Ich würde es mal so ein bisschen als Leuchtturmprojekt nehmen oder einmal allen auf den Tisch knallen, wie geil wir eigentlich als Datentypen sind und was wir alles Tolles machen können. Und wenn das dann im kleinen Bereich gesehen wird, dann ist es viel, viel einfacher, das nach und nach raus zu skalieren. Weil dann wollen es alle auf einmal. Ich bin da auch nicht so der Flüsterer, aber ich habe schon das Gefühl, dass oftmals nicht mitgesprochen wird und rausgefunden wird, wie ist der Ist-Zustand in der Organisation. Und ich glaube, es ist auch extrem schwer, das zu messen. Aber eigentlich, wenn du Data Literacy, Data Culture implementierst, musst du rausfinden, wie ist der Ist-Zustand und den muss man bewerten. Genau. Und du hast ja auch ganz oft das Ding, ich wurde damals bei MyTaxi eingestellt, weil die Shareholder gerne wollten, dass eine Datenstruktur, ein Datenteam aufgebaut wird, richtig? Und da habe ich auch gesagt, gekriegt, skalier das mal von 15 auf 60 Leute und stell mal 45 Data Scientists ein. Ich hoffe, ich habe das nicht schon mal erzählt, die Geschichte erziehe ich sehr oft. Aber das war auch so ein Ding, da war auch ganz klar, das kommt von außen und da ist auch gar nicht die Ahnung für da. Und das muss, glaube ich, auch immer ganz stark bewertet werden. Du musst da auch, ich glaube, das ist immer ein großes Problem bei Leuten, die Data Strategie machen. Ich glaube nicht, dass alle Data Leute jetzt wirklich extrovertiert sind und gerne irgendwo mit der Faust auf den Tisch knallen. Das muss immer mehr passieren. Das muss total mehr passieren. Ja, aber genau, ich habe das auch so ein bisschen wahrgenommen, sogar als ich bei Douglas geführt habe, dass viele gesagt haben, hey, warum verkaufst du intern so? Also, die haben manchmal das Gefühl, dass wir zu sehr salen. Ja. Ja, ich habe auch oft noch die Frage gekriegt, warum ich dauernd auf welchen Bühnen stehe und darüber habe ich eine ganze Menge Leute reingezogen, die dann da in den Firmen gearbeitet haben. Aber das hatten wir letzte Woche auch schon. Haben wir umfangreich das Thema Organisation besprochen, lieber Tim? Ich glaube ja. Ich glaube, wir können jetzt noch zehn Wochen weiter darüber reden. Wie gesagt, wenn wir, glaube ich, mal uns unsere Geschichten erzählen, warum wir was wie wo gemacht haben, dann würde ich sagen, können wir noch drei Folgen füllen oder ein Buch. Ja. Wir müssen uns über das Buch noch mal Gedanken machen, wenn wir jetzt hier fertig sind. Das stimmt. Oh, ich habe noch eine schöne Frage für dich. Das machen wir, glaube ich, nicht mehr heute. Nein. Nein, nein, nicht heute. Das ist so, wir machen so ein bisschen Cliffhanger draus, weil wenn wir über die Organisation reden und wir da ganz oben sitzen, ich glaube, wir sollten mal im Thema Data, vor allem bei dem, was man können muss, über das Imposter-Syndrom reden. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Ja. Das machen wir nächste Woche. Ich fange nächste Woche mit Imposter-Syndrom an. Das wird der Cliffhanger. Vielen, vielen Dank, lieber Tim. Sehr gerne. Bis bald wieder. Ciao. Danke.